Handwerk kann genau das Richtige für dich sein. Der Nachwuchs ist für uns sehr wichtig, das Handwerk muss einfach weitergeführt werden. Ich finde so eine Veranstaltung sehr, sehr wichtig. Es waren viele Aufstattungen da, sogar mehr als im letzten Jahr. Ich war heute in der Kraft-Rollshow in Grasstadt, es hat richtig Spaß gemacht. Es war cool, dass die ganzen Handwerker auch hierher gekommen sind, in die Schule auch, und uns Einblicke gegeben haben, wo man noch Fragen stellen konnte. Hervorragend, hervorragend. Der Olli hat das ganz toll gemacht, Olli Schüler, mit seiner Geschichte auch eingeführt hier in das Thema. Handwerk hat Zukunft, Handwerk hat goldenen Boden, das heißt, da kann man richtig gut Geld verdienen. Seit Generationen machen wir tolle Arbeit, für das brauchen wir junge Leute, um das weiterzuführen. Unser Herz schlägt fürs Handwerk.